Dass Flugreisen sehr, sehr ungleich verteilt sind, das gilt auch innerhalb der Hochschulen, wo nur einige wenige sehr viele Emissionen verursachten. Das Dilemma ist also im Prinzip Internationalisierung versus Klimaschutz. Über den Wolken wird der Klimagasausstoß wohl grenzenlos sein. Solche Gedanken könnten einem zumindest kommen, wenn man sich jüngste Zahlen zu Flugreisen anschaut. Rund 5 Prozent der weltweiten Klimaemissionen gehen nämlich auf Flugreisen zurück. Und das ist eine ganze Menge. In absoluten Zahlen betrachtet blasen Flugzeuge demnach gerade jedes Jahr mehr Klimagase in die Atmosphäre als der gesamte afrikanische Kontinent. Und jedes Jahr wird mehr geflogen. 50 Prozent der Flugemissionen gehen dabei auf das Konto von lediglich einem Prozent der Weltbevölkerung. Ganz generell wissen wir, dass sich die Anzahl der Flugpassagiere in den letzten Jahrzehnten vervielfacht hat. Also es ist fast eine exponentielle Kurve. Interessant ist, es gab immer mal wieder so ein paar kurze Einbrüche durch 9-11, durch Wirtschaftskrisen, durch Corona. Aber nach jeder dieser Krisen ist das eigentlich exponentielle Wachstum weitergegangen. Besonders in der westlichen Welt wird immer mehr geflogen. Und damit steigen auch die Emissionen. Das Problem, das die Nachhaltigkeitsexpertin Susann Görlinger hier gerade beschrieben hat, kennen natürlich auch Forschende. Deshalb warnen viele von ihnen ja auch seit Jahren eindringlich vor den Folgen. Sagen ganz klar, die Emissionen müssen sinken. Warum Forschende so häufig ins Flugzeug steigen und wie man das ändern kann, das untersuchen Susann Görlinger vom EFOY-Institut und Nicole Eschbach von der Universität Heidelberg. Über ihr gemeinsames Projekt Flying Less sprechen wir heute im Podcast. Produziert wird der Podcast von Ahnen und Enkel, der Agentur für Themen aus Umwelt und Wissenschaft. Mein Name ist Nora Lessing. Schön, dass Sie dabei sind. Viele klimaschädliche Emissionen entstehen da, wo Menschen irgendetwas tun. Ein Schnitzel essen zum Beispiel, die Gasheizung aufdrehen, mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und dementsprechend entstehen Emissionen natürlich auch in Forschungseinrichtungen. Welche Rolle Flugreisen dabei spielen, wie sehr die also ins Gewicht fallen, das ist Susann Görlinger das erste Mal 2015 aufgefallen. Da war sie an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, kurz ETH, für den Dienstreisenreport zuständig. Und da ist sie auf ziemlich überraschende Zahlen gestoßen. Ich habe mir dann gründlich angeschaut und festgestellt, und ich war bis dahin ja schon einige Jahre an der ETH, als wusste ich nicht, dass über 60 Prozent der Gesamtemissionen der ETH durch Flugreisen entstehen. Und war so ein bisschen naiv und dachte mir, aber das geht ja nicht, das passt ja nicht zusammen. Eines der fünf strategischen Ziele der ETH ist Nachhaltigkeit. Weit über die Hälfte der Gesamtemissionen sind Flugreisen. Dass tatsächlich 60 Prozent der Emissionen durch Flugreisen zustande kam, das musste Susann Görlinger erst mal verdauen. Dann fing sie an zu recherchieren und dabei stellte sie dann fest, die Emissionen der ETH sind überhaupt nicht ungewöhnlich. Ganz im Gegenteil, bei ziemlich vielen Wissenschaftseinrichtungen entstehen offenbar hohe bis sehr hohe Emissionen durch Flugreisen. In 90 Prozent der Fälle sind das Reisen zu internationalen Konferenzen. Und auf eine Gruppe entfällt der Löwenanteil der Emissionen, Forschende in hohen Positionen. Dass Flugreisen sehr, sehr ungleich verteilt sind, das gilt auch innerhalb der Hochschulen, wo nur einige wenige sehr viele Emissionen verursachten. Es gibt die Zahlen von einer Hochschule beispielsweise, dass acht Prozent der Forschenden 50 Prozent der Emissionen verursachen. Die Gruppe, die am meisten fliegt, das sind von den Zahlen, die wir haben, die Senior Scientist und die Professoren. Ein Beispiel. An einer Universität, die Zahlen liegen Nicole Eschbach und Susann Görlinger vor, verursacht eine Professorin, ein Professor, aktuell so viele Flugreisen-Emissionen wie acht Promovierende bzw. wie 84 Studierende. Würden Forschende in hohen Positionen mehr auf Videokonferenzen oder andere Formate zurückgreifen, dann hätten Forschungseinrichtungen also eine deutlich bessere Klimabilanz. Susann Görlinger. Mir ist dann bewusst geworden, dass das ein Thema ist, was einen enorm großen Hebel hat. Dass man sich überlegt, worauf fokussieren wir uns? Wo stecken wir unsere Ressourcen rein? Emotionale Ressourcen, personelle Ressourcen, finanzielle Ressourcen. Und ich finde, die sollte man dort reinstecken, wo man wirklich was bewegen kann, also wo man einen großen Hebel hat. Weniger Flugreisen, insbesondere auf Leitungsebene, weniger Emissionen. Klingt einfach, ist in der Umsetzung aber gar nicht so unkompliziert. Denn um Flüge zu reduzieren, müssen jahrzehntelang etablierte Strukturen verändert werden. Wie man das hinkriegt, das untersuchen Susann Görlinger und Nicole Eschbach in ihrem Projekt Flying Less, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen. Sie sammeln hier Daten zu Flugreisen in wissenschaftlichen Einrichtungen, analysieren Statistiken, schreiben Aufsätze, Guidelines und Berichte. Ihre Ergebnisse haben sie jüngst in einem Journal der Nature-Gruppe veröffentlicht. Eines der Kernanliegen von Flying Less, zu verstehen, wie es überhaupt zu den vielen Reisen kommt und wo man Abstriche machen könnte. Nicole Eschbach. Das Dilemma ist also im Prinzip Internationalisierung versus Klimaschutz. Die eine Seite ist, die Spitzenforschung ist international vernetzt. Muss das sein? Will das sein? Beispielsweise das Vorstellen von Forschungsergebnissen oder auch neuer Projekte auf internationalen Konferenzen. Und das ist dann nicht nur der Vortrag, den man da hält. Das ist auch der persönliche Austausch am Rande, bei einem Conference-Dinner beispielsweise, in einer Poster-Session. Und das ist auch bedeutsam für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, weil die sind dabei, ihr Netzwerk überhaupt erst aufzubauen. Die brauchen Sichtbarkeit, die müssen sich in der Community erst mal platzieren und ein Netzwerk etablieren. Mit anderen Worten, weniger fliegen und damit das Klima schützen, das wollen theoretisch viele Forschende. Aber eben nicht, wenn vom Fliegen die Karriere oder sogar der Arbeitsplatz abhängt. Das größte Problem sind also die Erwartungen, die Forschende vermeintlich oder tatsächlich erfüllen müssen, um im Wissenschaftssystem zu bestehen. Viel fliegen gehört aktuell noch dazu. Also zum einen werden die Hochschulen und die Forschungseinrichtungen von Steuergeldern finanziert. Das heißt, sie unterliegen damit auch den Vorgaben der Klimaziele, die die Gesellschaft sich gesetzt hat. Genau, man wird ja auch daran gemessen, was macht man selbst, zu dem, worüber man dann Ergebnisse publiziert und Empfehlungen publiziert. Das heißt, es ist auch das Thema Walk the Talk. Außerdem forschen und lehren sie auch im Bereich Nachhaltigkeit und sie will die nächste Generation aus. Das heißt, ich finde, sie sind unglaubwürdig, wenn sie nicht auch selbst handeln, entsprechend den Empfehlungen, denen sie auch geben. Wie kann man das unterstützen? Susann Görlinger und Nicole Eschbach sagen aufgrund ihrer Erfahrung mit Workshops, Vorträgen, Informationsmaterialien und mit Diskussionsrunden. Diese regen Institutionen dazu an, sich konkrete Klimaziele zu setzen, Maßnahmen zu beschließen. Hier, so Nicole Eschbach und Susann Görlinger, sollten alle Ebenen zusammenarbeiten, von der Professorin bis hin zum Studierenden. Das Wichtigste, dass über das Thema nachgedacht, die Blickrichtung geändert wird und so nach und nach ein Kulturwandel stattfindet. Intensiv werden die Flying Less Angebote derzeit von vier Partnereinrichtungen und rund 20 assoziierten akademischen Institutionen genutzt. Zusätzlich stellt Flying Less Materialien im Internet zur Verfügung. Kostenlos und für alle zugänglich. Wir haben eine Webseite aufgebaut mit Informationen, mit Factsheets, mit Best Practices, mit Links, die allen kostenlos zur Verfügung stehen. Wir haben ein Treibhausgasmonitoring-Tool entwickelt. Das haben wir genutzt und haben eine Toolbox erarbeitet. Und die Toolbox ist, denke ich, so das Schlüsselprodukt, was wir den Organisationen zur Verfügung stellen, sodass sie selbst dieses Thema angehen können. Zum Beispiel die Universität Konstanz nutzt die Toolbox, hat gerade universitätsintern eine CO2-Steuer eingeführt. Andere Hochschulen arbeiten Reiserichtlinien aus, verpflichten Forschende zum Beispiel, wo immer möglich mit dem Zug zu reisen. Dafür, dass Flying Less erst 2021 an den Start ging, ist die Resonanz beachtlich. Aber nicht überall stößt das Projekt auf Begeisterung. Weniger fliegen, das klingt für viele gerade auf Leitungsebene erst mal unattraktiv, rückschrittlich. Vielleicht auch noch etwas, was sich in der Praxis gar nicht umsetzen lässt. Nicole Eschbach kann das verstehen. Aber sie glaubt, eigentlich kommt es beim Fliegen auf die Perspektive an. Das klingt jetzt alles sehr negativ, so als wäre Transformation immer damit verbunden, dass man das Ganze, ja, dass man verzichtet und dass man Dinge zum Negativen ändert. Aber wenn wir uns vorstellen, ganz viele dieser Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Klimaschutzmaßnahmen sind mit sogenannten Co-Benefits verbunden. Beispielsweise Flugreisenvermeidung heißt weniger Zeitaufwand, weniger Unbequemlichkeit. Ich kann mich zuschalten beispielsweise zu einer Videokonferenz, kann beispielsweise Betreuungsaufgaben, die ich zu Hause habe, besser damit verbinden. Ich habe keinen Jetlag. Ich habe vielleicht gesundheitlich irgendwie auch Vorteile davon, dass ich eine anstrengende Reise vermeide. Einige Einrichtungen konnte Flying Less schon vom Perspektivwechsel überzeugen. Dennoch ist klar, insgesamt betrachtet werden ohne Engagement auf allen Ebenen die Flugreisen in der Wissenschaft so schnell nicht zurückgehen. Und die Frage bleibt. In einem Wissenschaftssystem, in dem es so sehr um Austausch und Internationalität geht, ist es da wirklich denkbar, aufs Fliegen zu verzichten? 100 Prozent Reduktion der Flugreisen wird nicht möglich sein. Ist auch, denke ich, nicht nötig. Es braucht eine 60- bis 70-prozentige Reduktion der Flugreisen und den Rest, dazu brauchen wir die technologischen Lösungen. Aber ohne eine schnelle Reduktion werden wir die Klimaziele nicht erreichen können. EFOY Update, der Podcast aus der Umweltforschung, realisiert von Ahnen und Enkel, der Agentur für Themen aus Umwelt und Wissenschaft. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Dann teilt ihn doch und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen.